Installationsdatum von Windows ermitteln Manche Windows-Nutzer können nur barge Vermutungen aufstellen, wann sie Windows auf ihren Rechner installiert haben. Vielleicht können sie das Jahr bzw. den Monat nennen, aber den genauen Tag kann keiner sagen. Mit diesen einfachen Schritten können sie ermitteln, wann sie Windows auf ihren Rechner installiert haben. Klicken Sie als erstes auf das Startsymbol und geben Sie im Suchfeld Eingabeaufforderung ein. Führen Sie nun einen Rechtsklick auf das Programm aus und wählen Sie die Option Als Administrator ausführen. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl Systeminfo ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie für eine bessere Einsicht in die Liste das Programm in die linke obere AeroSnap-Ecke. Wenn Sie in der Liste ganz nach oben scrollen, können Sie neben Ursprüngliches Installationsdatum ablesen, wann Sie Ihr Windows installiert haben. In diesem Fall wurde Windows am 2. Februar 2011 um 9.45 Uhr installiert. Eingabeaufforderung den Befehl Ashdorbrunneny Vielen Dank.